So, da sind wir wieder. Willkommen bei Let's Play Today. Ich bin's wieder, euer Tom Thompson. Und ich brauche mir um die Musik keine Sorgen machen. Die Musik läuft hier gerade, ihr seht's. Aber dadurch, dass ich die Musik lautstark runtergedreht habe, ist es auch hier so, dass sie dann nicht läuft, zum Glück. Ähm, viel habt ihr nicht gepasst, äh, verpasst. Es kam bloß ein kurzer Dialog, dass sie jetzt ihre Ruhe haben möchte und, äh, gerne mal einen kiffen möchte noch. Und wir sollten sie jetzt auch in Ruhe lassen. Nein, Max, das ist nicht ein Toolshed. Wie gesagt, check die Garage. So, okay, und wir sollen in die Garage gehen. We had such a blast, drawing these together. Wir wollen einfach mal in ihren Sachen rum. Das ist eigentlich total unhöflich. Über 80 Mal abwesend. Und wir haben jetzt ihr Zeug kaputt gemacht. Also, ihr seht schon, das ist sehr, sehr krass, was so alles passieren kann in dem Spiel. Wir könnten jetzt hier überall rumschnüffeln und bla, bla, bla. Wow, dark. Ich kann nicht nichts sehen. Ich weiß nicht, ob Chloe diese Pille nimmt. Ich hoffe, sie ist okay. Fluoxetin-Tabletten, USP, 10 Milligramm, rezeptpflichtig. An den Apotheker bitte mit Beipackzettel ausgeben, 100 Tabletten. Ja, wir erfahren leider nicht, was es ist. Wir könnten es jetzt googeln. Ich werde das mal googeln. Ich werde euch das in der nächsten Folge erzählen, wenn ich es nicht vergesse. Okay, wir sollten das Licht auch wieder ausschalten, denke ich. Achso, okay, hier ist das Zimmer. Okay, dear B. Okay. Ich kann nicht nach Hause wieder zurück, sagte Thomas Wolff. Aber hier bin ich. Diese Bücher haben sich nicht in den letzten Jahrzehnten. Ich verstehe warum. Sorry. This must be Chloe's parent's room. Man, I am nosy today. Oh shit! Poor thing. I bet I could do something to save it. Oh shit! You've been resurrected, Bertie. Fly. Be free. So, wir haben ja erstmal den Vogel gerettet. Und diese Tat wird Konsequenzen haben. Wie auch immer. Ich bin gespannt, inwiefern diese ganzen Taten Konsequenzen haben werden. Joyce sieht glücklich. Chloe's stepdad might not be a douchebag after all. Joyce still works at the diner. And Chloe's new dad is a security guard. Oh oh. Na okay. Das Fenster lassen wir mal offen. Ähm. Dog tags. Sweet. David Madsen. Baptist. Null positiv. David Madsen. Okay. Äh. Haben wir hier genug erfahren, glaube ich. Sollte reichen. Wir gehen mal weiter. Runter. Runter gehen. Doesn't look like the Price family is rolling in dough these days. Okay. Ich würde auch gerne in Paris gehen. Ich würde auch gerne in Paris gehen. Ich habe nicht gesehen, in fünf Jahren gesehen. Ich habe nicht gesehen, in fünf Jahren gesehen. Es ist wie immer. Hey. Ich habe das Stain. Ich habe das Stain gemacht. Chloe und ich überlebt über Joyce's Weinbottel. Und wir haben es für immer. Aber es nie kamen. Wir sind so gut. Wir sind natürlich. Wir sind, zwei Stück. Wir sind. Ich bin nicht so gut. Wir sind. Wir sind erst mal, Max. No, wir sind hierherst. Wir sind doch fast ihre Idee, Chloe. Wir sind doch alle. Wir sind doch alle. Wir sind doch alle. Wir sind doch alle. Wir sind. Wir sind doch alle. Wir sind doch alles. Das sind Schatz. Wir sind aber nicht. Wir sind für Kinder. Es gibt Wein im ganzen Weg. Was machen wir jetzt? Meine Eltern kommen. Verbrechen sie! Ich sollte hier finden, die ich hier brauche. Chloe stepped at his head of security at blackwell he wants to put surveillance cameras all over the school how paranoid can you get okay Chloe stepfather is this asshole from blackwell you've got to be shooting me one of these guns is missing I hope Chloe stepdad isn't packing heat yes score boom precision screwdrivers except I can't reach them that was very smart dumbass no can reach man I should have done that before they felt yes you have mad skills max schniffeln hier mal noch ein bisschen rum what the Chloe stepdad actually installed cameras in the rooms for reals this guy has serious trust issues to Chloe enjoys even know about this wowzer a map of blackwell academy I wonder why irgendwie wird der typ mir immer unheimlicher der ist irgendwie glaube ich komisch shit butterfingers kate marsh why the hell would he have pictures of her okay this is getting totally weird dear tat was so stimmt mit dem typen nicht no password Sage like it would help me find tools anyway hat ja Ja und es wird natürlich Konsequenzen haben, dass wir jetzt hier, warte mal, wir machen mal da wenigstens Licht aus. Der ist sehr, sehr komisch, der Typ. Okay. Okay. Foto brauchen wir uns, gucken wir uns jetzt nicht an. Nein, jemand hat es von der anderen Seite geschlossen. Raus können wir nicht, so. Also es entwickelt sich hier schon ziemlich krass. Okay. 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 So? Okay. 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 Um. Hm. I, uh, know it was your birthday last month. This was my real father's camera. I want you to have it. That's so cool you remembered my birthday. But I can't take this. Of course you can't. My dad would be pissed if I never used it. And now I know it'll be used awesomely. And I'll snag this picture as a symbol of our reunion. Cool? Yes, of course it's cool. Thank you. This camera is so sweet. Now that we got that mushy shit out of the way. I feel like stage diving. Let's thrash this place. You're crazy. Yep, yep, I'm fucking insane in the brain. Let's dance. Shake that bony white ass. Or take my picture with your new camera. This song fucking rules. Can't dance, hippie? Come on. Rock out, girl. Yes, break it down, Max. Chloe, are you up there? Yo, turn it off. Turn it off. How many times have I told you to stop blasting that punk shit? Dude, the music's not even on. Asshole. I'm coming up. We need to talk. Oh, no fucking way. You need to hide now. My stepdad will kill me if he finds you here. Chloe, what's going on? Open this door, please. Chill, I'm changing. Is that okay? Max, find a place to hide now. Chloe? I'm coming. What are you doing? Chloe, you're stalling. I'm changing. Give me a minute. Don't get smart. Just let me in. Now. Please. One second. My bra is stuck. What's going on in here? Jesus, I'm just trying on clothes. You're so friggin' paranoid. Yeah, combat will do that to you. I ordered you to never go through my files. You obviously have. I didn't touch your files, David. I could care less about your files. You care about starting shit, Chloe, and it's getting old. One of my guns is missing. Did you take it? Oh, God, I didn't take your stupid gun. You do know I believe in gun control? Wait, is that grass? You've been talking up again in here? Oh yeah, guns, weed. You were tripping balls. I'm sick of your disrespect. Tell me the truth. That's in order. Who is it? Alter. Also, er hat auf jeden Fall gewusst, dass wir an den Akten waren. Er hat gedacht, sie war's. Und jetzt sind wir wieder in der Situation. Sollen wir jetzt eingreifen? Sollen wir versteckt bleiben? Ich habe keine Ahnung. Hmm. Stop treating me and my mom like we're your family platoon. Hey, leave Joyce out of this. I wish you'd leave, Joyce. Like now. Chloe, I'm sorry. I care about your mother, and you just keep pushing me. Don't touch me again, asshole. That's the last time! Or I'll bring the cops in here so fast! You're not that dumb. I'd be smart to have you busted. Chloe, someday you'll grow up. Hey, you okay? Welcome to the real step-douches of Arcadia Bay. I'm sorry. For what? He would have been a bigger dick if he caught you in here. That's hard to believe. Anyway, let's sneak out the window. There is one cool place we can go to in this hickhole. David was such a mean bastard to Chloe. What if I had stepped up to help? I want to know that too. Chloe? I'm coming! What are you doing? Chloe you're stopping. I don't want to go back. I'm changing! Give me a minute! Don't get smart! Just... What's going on in here? Never go through... What is it? I'm sorry. That was my joint. Well, well. I don't like strangers in my home. Especially dopers. So you're bringing drugs into my home. How about if I call the police? That'd screw up your spotless Blackwell record. You do seem to get around, Max. I'm sick of you losers dragging Chloe down. Missy, you sure do like to pop up and start trouble. Like this afternoon. You don't have anything smart to say now, do you? Get the hell away from her, man. Stop harassing my friends. You don't have any friends. Like you know. You're not even a real cop. You're a fucking security guard. I was a soldier, Chloe. And Max, if I see you here again, you'll learn all about real trouble. Because you're such a badass, Max, let me show you my new toy. I'm Price. Chloe Price. Bang! Jesus, put that thing down. Chillax, sister. It's not even loaded. Yet. I thought you believed in gun control. Yes, I believe I should control the gun. It's the men who need to be checked. You trust Nathan or David? Thanks for taking the heat. We totally smacked his punk ass down, Max. He's no match for you and me now. That was an epic win. Anyway, let's sneak out the window. There is one cool place we can hang in this hick hole. Man, that did not go well for me. If I want to keep my Blackwell scholarship, I shouldn't lie for anybody. Even Chloe. I have to think about my own future. We know now that she has the weapon. Which is pretty crazy. But we have now taken ourselves into the shit. So... If we go back, we know still that she has the weapon. Which is pretty crazy. Dude, this game... It's so terrible. Okay. I'm coming. What are you doing? Chloe, you're stalling. I'm changing. Give me a minute. Don't get smart. Just... What is it? Stop treating me and my mom like we're your family platoon! Hey! Leave Joyce out of this! I wish you'd leave Joyce! Like now! Chloe... I'm sorry. I care about your mother and you just keep pushing me! Don't touch me again, asshole! That's the last time! Or I'll bring the cops in here so fast! You're not that dumb. I'd be smart to have you busted! Chloe... Someday you'll grow up. Hey, you okay? Welcome to the real step-douches of Arcadia Bay. I'm sorry. For what? He would've been a bigger dick if he caught you in here. That's hard to believe. Anyway... Let's sneak out the window. There is one cool place we can go to in this hick hole. Oh... Das ist so krass. Egal was du machst, äh... Entweder machst du es richtig... Aber trotzdem falsch. Oder du machst es falsch und... Trotzdem irgendwo richtig. Also... Ich hab keine Ahnung, ey. Das ist so... Ich find das so krass. Can you go already? I want to get the hell out of here. Ich würde gerne die Waffe jetzt da... Darunter vorholen. Ich würde gerne die Waffe jetzt runter holen. Ich bin hier noch nie. Ich bin hier für forever. Ich bin hier noch nie. So, warum fühle ich mich, als wäre ich gerade hier? Wow, das ist der genau gleiche Weg, den ich heute in meiner Nacht war. Wir sind doch mit ihr zusammen raus. Wo ist sie jetzt hin? Hallo, süßige kleine Schwirle. Du und ich. Stare-Kontest. Ich würde mich helfen, Chloe. Ich fühle mich so schlecht. Ich würde mich helfen, Schöne. Erda an Max, dein Ritter an strahlender Rüstung hier, ich weiß, du sorgst dich um mich. Alter, da hat er die Fresse zugeschossen gekriegt. Ich schulde dir was, danke für heute, ruf dich später an, Kay. Kay, versprochen. Äh, KP, kein Plan, du musst mir noch dein großes Geheimnis erzählen. Cake? Keine Ahnung. Danke, aber wir sind keine Freunde. Ach, kein Problem, der Typ ist kein Arschloch. Er ist ein Arschloch. Okay. Er ist ein Geheimnis. Ein Tuch, Haiku? Wie schön. Wie schön. Looks like the youth of Arcadia Bay still come up here to party. I never made it. Wowzer, Chloe drew that to mark our tree for it. So we'd always be able to find each other in case of emergency. Oh. Vertraue niemandem. Ach, hier ist sie doch, Chloe. Too bad it's locked. I remember racing up and down on steps. Ja, okay. Leute, hier ist dann auch schon Schluss. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn wir dann hier mit der Chloe auf der Bank sitzen und sprechen. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Es wird sich alles sehr interessant entwickeln hier und sehr krasse Wendungen nehmen. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Bis zum nächsten Mal. Ciao. dann geht's noch. Dann geht's noch. Dann geht's noch.